Mein Name ist Wolfgang Nagel. Geboren und aufgewachsen bin ich in Österreich, lebe jetzt aber seit einigen Jahren in Augsburg, in Bayern. Viele Menschen kennen mich von internationalen Fachkongressen oder Messen. Wiederum andere Menschen kennen mich von den über 1000 Digitalisierungsprozessen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Aber auch ich war nicht immer ein digitaler Experte. Aufgewachsen bin ich auf einem kleinen Bauernhof in Österreich. Meine Eltern, die immer noch meine Vorbilder sind, haben mir von Anfang an meines Lebens gezeigt, dass es vor allem auf Fleiß ankommt. Meine Eltern sind über 50 Jahre jeden Tag zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgen aufgestanden. Und das mit Freude, um mit Leidenschaft an ihrem Projekt zu arbeiten, an ihren Bauern. Und das ist tief in mir drin. Ich weiß, nur mit Fleiß kannst du etwas erreichen. Nach meinem Maschinenbaustudium bin ich nun mit dieser Einstellung in die Wirtschaft. Nämlich, dass du mit Fleiß etwas erreichen kannst. Und ich habe damals angefangen bei einer Maschinenbaufirma. Und mein erstes Projekt war, eine Maschine zu bauen, die den Markt Prius ablösen wird. Wir wollten eine Maschine bauen, die schneller, leistungsfähiger und trotzdem günstiger ist. Und wir mussten dafür extrem fleißig sein. Wir haben viele Nächte durchgearbeitet. Wir haben die verschiedensten Ideen durchgespielt. Wir haben Entwürfe kopiert. Und nach vielen Monaten haben wir es tatsächlich geschafft, eine Maschine hinzustellen, die leistungsfähiger war und einen super Preis hat. Wir wussten, mit dieser Maschine werden wir den Markt erobern. Wir waren am Tag des Verkaufsstaats sicher, dass diese Maschine einschlagen wird wie eine Bombe. Wenige Monate später mussten wir die Maschine jedoch einstellen. Sie wurde nicht verkauft. Der Vertrieb des Wettbewerbs hat einen super Job gemacht und unsere Maschine erfolgreich am Markt abgewehrt. Der Schmerz, den ich gefühlt habe, spüre ich bis heute. Denn wir haben so viele Herzblut registriert in einer definitiv besseren Maschine. In diesem Moment habe ich jedoch realisiert, dass es nicht darauf ankommt, die beste Lösung zu haben. Denn wenn du sie nicht verkauft bekommst, ist sie nichts wert. Und in diesem Moment ist auch der Entschluss für mich gefallen, in den Vertrieb zu wechseln. Und auch im Vertrieb hat weiterhin mein Kredo gegolten, Fleiß schlägt Talent. Das hat im Vertrieb auch wunderbar funktioniert. Bis ich Anfang der 2010er Jahre zu einer Fördertechnikfirma gekommen bin. Und ich habe schnell gemerkt, in dieser Branche wird dir Fleiß nicht so viel bringen, weil Fördertechnik sind sehr komplexe Produkte mit einem schwierigen Verkaufszyklus. Sie sind schwierig auszulegen und du musst an die richtigen Leute rankommen. Ich habe aber gesehen, dass diese Firma sehr gute digitale Tools hat. Tools wie Augmented Reality, Konfigurator und digitale Lead-Generierung. Viele meiner Vertriebskollegen haben diese Tools komplett ignoriert. Ich wusste jedoch, diese Tools sind meine einzige Chance, um hier Geschäft zu machen in dieser komplexen Welt. Ein Jahr später war ich tatsächlich Umsatz erster. Nicht, weil ich das Produkt am besten kannte, nicht weil ich den Markt am besten kannte, sondern weil ich diese digitalen Tools eingesetzt habe. Und natürlich auch sehr fleißig war. Ich habe hier aber gemerkt, dass es mit reinem Fleiß nicht möglich gewesen wäre, sondern nur in der Kombination der Digitalisierung. Und das ist heute meine Vision. Nämlich, kleinen Firmen dabei zu helfen, in die Digitalisierung reinzukommen. Großen Firmen zu helfen, ihre Digitalisierungsstrategie noch weiter auszubauen. Unsere Kunden können mit Digitalisierung intern sehr viel Geld sparen. Können deutlich höhere Umsätze machen. Ja, sie können sogar ihre Fertigungen wieder zurück nach Deutschland holen. Nicht nur wegen Digitalisierung. Nein, natürlich, sie sind weiterhin fleißig. Aber du kannst nur dann fleißig sein, wenn du dich auch auf deine Kerndisziplinen konzentrieren kannst. Weil den Rest könne dir digitale Werkzeuge frei halten. Und auf dieser Mission befinde ich mich. Ich bin der festen Überzeugung, Digitalisierung ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Mein Name ist Wolfgang Nagel und herzlich willkommen zum Highway to Sell. Ich bin der Rest, ich bin der Rest.